Hey, wir zocken mal wieder weiter Genshin Impact. Da sind wir ja letztes mal mitten in der Story stehen geblieben. Warum wird mir der Chat angezeigt? Der Chat darf genau ausgeblendet werden. Ist doch nicht mehr aktuell. Und dann starten wir auch natürlich mal wieder mit den Gegnern. Ja, ja. Auch wieder so nervige Viecher. Auch wenn die jetzt keine Witze gemacht haben, waren die trotzdem nervig. So. Okay. Story. Ich glaube, ich habe es wieder mal geschafft, mich einzulocken. Ich meine das hier. Also, melde dich im Spiel an. Haben wir geschafft. Sehr schön. Anführergegner brauchen wir noch fünf diese Woche. Also, es hat noch Zeit. Dass wir den 1200 verbrauchten ursprüngliches Herz. Keine Ahnung. Mal das hinkriegen. Wiecheid. Hier ist es sehr, was ich heute nachher. Ich dachte, es würde sich nicht knackern und Goodwill, wenn ich mich nicht hinterher zurückkehren kann. Ich glaube, ich konnte nicht wissen, dass ich mich wieder erschriken. Wenn man sich zu dir schnell sollte, Ich bin kein Mensch. Wenn ich diese Menschen von mir ausfüllen, wenn ich diese Menschen von mir ausfüllen kann, dann würden Sie nicht schädet. Das ist nichts mit der Menschen von mir. Ich kann nicht ausfüllen, dass es die Welt ausfüllen. Ich kann nicht ausfüllen, dass es nicht ausfüllen. Aber ich weiß nicht, dass es die Welt ausfüllen. Und ich habe auch viele Fragen, die Trennung zu verlassen. Ich sage ihn, dass das glatt und die Frau sehr viel daran erzunehmen. Wenn ich sage, dass die Schleifte die Schleifte mit einer schlussischen Schleifte hat, die Schleifte die Schleifte schlussendst. Die Frau hat das nicht gemacht. Deine Frau... Aber... Ich habe die Schleifte der Schleifte die Schleifte, die die Herr in der Hand genommen haben. Ja, ich glaube, das kann man nicht so reagieren. Ich verstehe, verstehe! Ich bin jetzt der Fall. Ich habe immer noch das Gefühl gehabt. Ich habe mich gefragt, dass ich mich für die Ruhi-Jahre gewonnen habe. Ich habe gesagt, dass ich mich für die Ruhi-Jahre gewonnen habe. Du bist der Ruhi-Jahre gewonnen? Das war's für mich. Gib mir das göttliche Auge. Es wird Konsequenzen haben, wenn du dich weiter wehrst. Er erkennt also eine leere Drogen sofort, dann sollte er wissen, dass es keine leere Drogen war. Wenn du das göttliche Auge aufgibst, lassen wir dich gehen. Ja, lassen wir dich am Leben. So rum. Bin ich voll dafür, brech mir in die Arme. Doch, wir sollten so weit gehen. Warum ist der nicht mehr gefahren? Alter, ist der schwach. So rum. Was ist das? Vielleicht wollen Sie sich das Schöne annehmen? Ich würde es nicht so interessieren. Ich habe das Gefühl, dass ich das Schöne annehmen kann. Nein, 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 nein! Ich bin mir vor, ich bin sehr dankbar! Ich bin sehr dankbar! Ich habe das Gefühl, ich habe nicht gehört, aber ich habe es nur als Schöne angenommen. Nein, das ist kein Wunsch. Nur, weil ich noch nicht in der Hand habe. Ich wollte versuchen, die letzte Möglichkeit zu probieren. Wenn man in der Ruhe geflogen wurde, hat man eine große Kraft. Ich dachte, dass das ein Wunsch ist. Aber es ist so, dass es nichts passiert. Du hattest das also die ganze Zeit geplant? Ich werde es versuchen. Du hattest das so an diesem göttlichen Auge. Du hattest das so an diesem Geist. 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 Geht's? Dann... ...dass du noch einmal die Begründung des Windes? Was gibt's hier? Windflucht? Wartet, was ist Windflucht? 13 Tage, 8 Stunden. Das hier läuft noch 3 Tage, werde ich nicht schaffen. Das hier, keine Ahnung was das ist. Windflucht, muss ich mal gucken dann nachher, wenn wir den Storypart geschafft haben. Nach dem Abschließen von... ...die Flucht von Rito. Hm. Okay. Ähm. Täglich hier, muss ich heute auch noch machen. Ähm. 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 Das war's für heute. Es ist eine große Herausforderung, die die Gäste zu sehen, die die Gäste zu sehen. Ich bin sicher, dass es gut geht! Ich danke dir. Ich wünsche dir, dass wir uns alle sehen. Und ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage... Ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, dass wir uns nicht so schwer zu sehen. Herbst will eine tiefrote Platte. Aufrag abgeschlossen. Also müssen wir doch noch einen Abschnitt machen, bevor wir nach in der Summe kommen. Wind flucht. Okay, wird gar nichts dazu gesagt? Was für eine Flucht ist? Wir finden es dann nachher heraus. Kann ich die nächste überhaupt schon machen? Oder brauche ich dafür ein Level? Könnte ich eigentlich schon machen. Aber ich würde sagen, wir machen dann erstmal die vier Missionen hier. Und dann machen wir die nächste Hauptquest. Ich würde sagen, ich hole mir erstmal was zu trinken. Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, hier haben wir nichts weiter. Sie hat Angst vor Schleim? Was? Okay. Und der hat Angst vor Schleim? Kein Problem. Jetzt kann ich noch spielen, um Angst zu haben. Bis die nächsten Schleime kommen. Dick rund und klebrig. Das geht noch weiter. Das geht noch weiter. Das geht noch mal. Ich hoffe ich komme bis dahin. Ok, der kann nicht schwimmen. Ganz nett. So muss das. Hä? Ok, hier gibt es ein Ding. Eine Mokulos. Das ist ein Ding. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für mich. Missionen abgeschlossen, Herausforderungen abgeschlossen. Zwei Dinge auf einmal. Habe ich auch doppelt Belohnung bekommen jetzt? Ich weiß es nicht. Was wir da drüben wollen, auf der Insel? Ist hier noch irgendwo eine tolle Insel? Ich habe noch eine Moke losgekriegt. Da drüben war man noch nicht, oder? Vielleicht gibt es da drüben auch noch was. Gar nichts. Warten wir hier schon mal? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Hier gibt es noch ein paar Blumen. Aber ob sich das lohnt, wegen drei Blumen hierher zu kommen? Ich weiß es nicht. Okay, weiter. Hier gibt es noch ein paar Blumen. Ich sage euch den Wagen. Verdammt, ich muss hier ein bisschen Verkse aufbauen. Ich muss hier ein bisschen Verkse aufbauen. So, wenn ich schon mal hier bin. Ich habe noch keine Ahnung, wofür ich magisches Verfall brauche. Vielleicht finden wir es ja auch bald raus. Wegen dem muss ich jetzt Charakter schnell sechzen. Hä, warum ist sie tot? Was ist das denn passiert? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's für mich. Was war das denn? Was war das? Ich bin jetzt gleich wieder. Warum haben wir noch nicht? Also war das noch nicht so. Das Ende war mir wieder etwas, was hier schon verrückt. Aber ich habe noch nicht so. Das ist sie. Also war das, dass ich nicht den Alemwer, so wieso ein neues Leben war. Warum könnte der sich so schnell drehen? Da muss ich erstmal wieder auftauchen. Erstmal, sie überhaupt wissen wo ich bin. Das böse breitet sich mal wieder aus. Was habe ich hier eigentlich schon wieder? Achso, 10 Herze. Okay, lass die Herze sammeln. Wenn nicht alle Monster. Schon wieder so einer. Was ist die Frage? Königin sein Sohn! Oh! Oh! Ja! Ja! Ich! 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 Wage mein Geist! Wage mein Geist! Wage mein Geist! Ereignis abgeschlossen. Dort rennt Fleisch rum. Ich will Fleisch. Ich will Fleisch. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ok hier habe ich noch was markiert ich weiß ob von wo komme ich hier am besten hin hier gibt es noch eine neue aufgabe für mich esther was ist los was genau ist passiert ich habe schon gefragt was los ist man muss ja so soll ich jetzt noch mal fragen na gut was ist für mich dabei drin eine belohnung natürlich ja klar aber was für eine ich meine belohnung gibt es unterschiedlich ich weiß es ist aber eine maquille ich weiß es ist aber eine maquille Vielleicht mal angucken, ob da immer noch was ist. Scheint nämlich nichts zu sein. Doch, da ist alles noch. Ach, da oben. Muss ich jetzt doch mal gucken, wie ich da rankomme. Hm. So ein Wind kann ich nicht nehmen, oder? Ah, Moment. Oh, okay. Um, ja. War wohl nix. Jawohl. So geht's. Hier muss ich, glaube ich, die Schleime, oder? Natürlich auch gerade doof, dass das Eisschleime sind. Oh, ja. Du hast es gesehen. Oh ja. Oh nein. Das ist kein Spannungsvolles. Oh ja. 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 Ich kriege ihn ins Wasser. Selbst wenn, ich würde eine Eisschicht machen. Ich glaube nicht, dass ich den zum Ersaufen bringen kann. Aber sein Panzer kann ich dann mit ihm hier kaputt machen. Was war das denn? Ich glaube nicht, dass ich hier kaputt mache. Oh! Ziemlich reibungslos, hä? Was? Gygax? Was ist das denn? Windflucht? Achso, okay. Hat das was mit der Abenteuergilde zu tun? Ja, okay. Aber wahrscheinlich werde ich da eh noch nicht mithalten können. Bei Windflucht. Aber wahrscheinlich werde ich da eh noch nicht mithalten können, bei Windflucht. Nicht schon bei dem anderen, wenn ich mitmachen kann, weil meine Charaktere zu schwach sind. Ja, Belohnung. Sehr schön. Danke. Nehme ich gern. Erkundung. Ich kann vier. Hm. Da hat man einen kleinen Schast drin. Tja, was mache ich da am besten? Vielleicht Geflügel, ne? Geflügel könnte sich gut lohnen. Weil ich da sowieso kaum farme. Wenn ich Fribbel sehe, dann sehe ich die, werden sie wegfliegen. Da brauche ich schon nicht mehr die Charaktere zu wechseln. Zehn. Sehr schön, damit kriege ich jetzt wieder einmal kostenlos beten. Wie viel habe ich jetzt? Zwei, oder? Ja, zwei. Toll. Lohnt sich noch nicht. Ich würde sagen, erst bei zehn. Wir wollen ja immer noch nach, äh, jener Summe. Alter, mach doch endlich mal hier. Genau das, was ich ausgewählt habe und nicht irgendwas anderes. Ich würde auch noch mal schalten, wenn ichmals nachdenke habe und nicht mehr schlafen habe, ich würde dich noch nachdenken, ohne nachdenken. Du bist noch nicht mehr in der Tat. Ich würde mich verneuererst machen. Ich würde jetzt mal gerne einmal schlafen, jammer sich in der Tat mit zu scheitern. Ich würde auch auf, habe ich mit einem einen Tonnen, der, ich würde mich nicht schlafen. Woh Ich würde mich nicht sehen. Ok, ich würde mich nicht bewegen. Ich würde gerne etwas machen. Es wäre mir das. Wie lange geht es dir? Das wäre einfach alle neun. Ich würde mich sehr viel. Und dann wäre es mir da ganz gut. Erzähl mir was über die Reise nach Inazuma. Anscheinend ist unsere Nachricht angekommen. Du wirst uns fehlen. Die Reise nach Inazuma ist ja schon. Ich bin ich auf der Fall. Ich bin ich auf der Nalukami-Zum. Ich bin ich auf der Nalukami-Zum. Ich bin schon auf das nächste Zeit. Ich bin schon auf die Fülle. Ja, ich bin auch auf der Kassarine. Dann haben Sie so einen Schmerzlichen Garten? Haha, ich bin auch auf der Lüge, die ich wiedersehen. Ich bin schon auf der Lüge geblieben. Ich bin schon so auf der Lüge geblieben. Ja, ich bin auch auf der Lüge. Ich bin hier, dass ich hier bin. Danke für dich. Das ist gut. Dann, auf dem Flugzeug. hier muss ich ja schon wieder klettern kann ich da nicht einfach auf schiff ich bin ausgewiesen aber wie soll ich ihn so schnell besiegen hallo das ist doch unmöglich ja dann leck mich am arsch die können wir da nicht einfach so ein fettes vieh hinstellen hier fettes vieh besieg das mal in drei sekunden ja du hast versagt einfach mal keine chance gegeben glühwürmchen leucht man klingt als ob ich die glühwürmchen irgendwie zu brei verarbeitet okay das fliegt auseinander hatte ich das schon mal irgendwie gesehen ich weiß es nicht mehr ach mensch weil runter ja schubsen nicht nur unter ja du sollst runter ich glaube von mir ist könnte ich schon noch schiff kommen oder ich habe mich gerade extrem verschätzt ich habe mich schon verschätzt oh nein oder komme ich am seil hoch irgendwie nicht wollte ich sagen aber doch was ist denn mit ihrem oge passiert warum hat die in augenklappe oder ist das hier standard auf dem schiff ne oder kleiner juhe ja 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 Es ist eine Ehre, an Bord zu sein. Komischer Scherz. Nicht, Jett, die Anker. Endlich geht's los. Hm? Hm? Ha 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 ha! Ach so. Nichts weiter passiert hier. Wir kommen einfach so am Hafen an. Nicht mal ein Seemonster, das uns irgendwie angegriffen hat. Hm? 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 Oh! Ah! Yo! Oh! Das war mal. Ich bin schon mal von Riyue, an Bord der Klayer. Ich bin bei Riyue nicht der Klayer. 네! Also, die вс Stellar, Well... ...oh nein, wasava immer der 100 Berater, sagt es. Was ist das? Die Leute haben bestimmt alles zu sehr ausgeschmückt. Die Leute sind schon lange hier in Italien. Ich glaube, es ist nicht zufrieden. Wenn du etwas Probleme hast, dann kannst du ihn. Aber wenn du ihn anstattest, wenn du ihn anstattest, wenn du ihn anstattest, dann kannst du ihn anstattest. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Ich habe mir das jetzt komplizierter vorgestellt, nach Inazuma zu kommen. Jetzt bin ich ein wenig nervös. Durch den Sturm. Erstmal den Teleport aktivieren, oder? Die Teleport ist aktiviert, auch nicht schlecht. Ich dachte, den müsste ich selbst aktivieren. Ich habe ja seit Beginn an alle Teleport immer selbst aktivieren müssen. Lavendelmelone? Was ist das denn? Ich klaue die mal, ja? Du hast nichts gesehen. Ich kann hier angeln. Ich habe keine Ahnung, ob die bei diesen Köder anbeißen. Anscheinend nicht. Die können sogar durch sich durchschwimmen, die Fische. Was ist das denn? Die sehen so aus, als würden die mal so überlegen, aber dann überlegen sie sich doch anders. Ja, ich will das anwenden. Ich will das anwenden Mal schauen. Ich kann hier sein, oder? Ich kann hier sein. Ich kann hier sein. Ich bin jetzt hier. Wir sind hier, um mit Wein zu handeln und Erz. Wir sind hier, um meinen Bruder zu finden. Jo, wir handeln mit Wein und Erz. Ich glaube, wir sind hier doch in Deutschland gelandet. Ich glaube, wir sind hier. Entschuldigung. Willkommen zum離島. Hmm. Wo soll ich jetzt gehen? Das ist das Onggoku-Kannsatz. Das ist nur die Aufmerksamkeit. Wenn du in der Onggoku-Kannsatz bist, muss man einen Onggoku-Kannsatz machen. Das ist einfach so schwer. Das ist einfach so schwer. In der Onggoku-Kannsatz sind die Menschen aus der Onggoku-Kannsatz. Ich weiß nicht, dass ich diese Sprache verstehe. Aber in der Onggoku-Kannsatz ist es nicht einfach. Es ist einfach, dass die Onggoku-Kannsatz in der Onggoku-Kannsatz sind. Es ist einfach, dass die Onggoku-Kannsatz in der Onggoku-Kannsatz. Ich muss meine Reise fortsetzen. Das ist einfach so schwer. Das ist einfach so schwer. Wer ist die Onggoku-Kannsatz, die sich in der Onggoku-Kannsatz befindet? Nur zweimal Möhre. Wo sind wir jetzt eigentlich auf der Karte? Kann ich hier vielleicht mal die Statue aktivieren? Sollte ich vielleicht mal als erstes machen, damit ich auch genau weiß, wo ich bin. Hm. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Das muss ich動fen. Was war hier? Hier war doch gerade irgendwas, jedenfalls wurde mir was angezeigt, na eben nicht. Hier haben wir wieder Bären, die Chance auch fast überall zu geben. Ja, da waren wieder Vögel. Wow, gleich so viel von der Karte sichtbar. Hm, was ist das? Abenteuergelde, ok. Angelverein, doch ein Teleportpump. Kamisato-Anwesen. Ok, werden wir dann bestimmt alles mit der Zeit rausfinden. 10, ich brauche 10 für Stufe 1. Gibt aber schon 60 Uhr gestalten. Ok. 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 Wollen wir das? Ja, 2 Millionen Moha. 200,000,000! Ich habe nur 200,000,000,000. Ja, wir haben 100,000,000,000. Es gibt keine Frage. Nein, keine Frage. Nein, keine Frage. Nein, keine Frage. Meine Frau. Sie sind meine Freunde. Ich bin auch hier. Es ist immer noch ziemlich teuer. Es ist immer noch ziemlich teuer. Ich bin auch hier. Ich werde dir die Zitzen geben. Wie? Was ist das? Ich bin auch hier. Ich bin auch hier. Ich bin auch hier. Ich werde jetzt abonnieren. Ich bin auch hier. Ich bin auch hier. Okay. Wird mir jetzt Geld abgezogen. Ich glaube, es geht um mehr als um Geld. Wird. Das ist nicht so groß. Es ist ein wichtiges Wunschung. In der Kanzler-Kanzler, wenn man die Kanzler-Kanzler nicht mehr hat, dann wird man die Kanzler-Kanzler nicht mehr in den Kanzler. Das ist nicht wichtig. Wenn man die Kanzler-Kanzler nicht mehr hat, wenn man die Kanzler-Kanzler nicht in diesem Land sein kann, dann wird man das nicht mehr. Wehrt sich da niemand? Ah! 異境の客人が鎖国中の稲妻に訪れているんだ 仕方ないと思うのが普通だろ? 外国の商人ができることは仲間同士で助け合うことが関の山 これが離島にある万国商会が発足した由来でもあるんだ 外国人が自分たちで立ち上げた商会か? そうだ 商会は利益のため以外にも組織の取り組みや管理などで いなずまに住む外国人の支援も行っている 商売の道と生存の道 その両方をになっている商会だ 外国人が自分たちで立ち上げることは でも大変なんだな それが君たちの目的か なるほど 君の立場を考えれば確かにそれは遠い目標だろう ライデン将軍は唯一無になる高貴な存在 すべての生物が見上げるべき神なんだから 私たちの目標を見上げるべき神なんだから この世の出会いはいつもトライドコロのないものだと言いたかったけど 君たちならもしかすると でもライデン将軍とバッタリ会えるかもね うーん そんなのありえないだろう わかった 率直に言おう 君たちをライデン将軍のところまで導く術はある 本当か? 離島の顔役にそんな権力があったなんて あはは 持てるすべての骨を使えばなんとかなる だがその前に 権力というのも高く売り買いされているものだ 言ってる意味がわかるかな お前もかよ あはは 俺の言う売り買いはモラを払うことなんかじゃない それどころか 対価を払う必要がないんだ ただ 望むものを手にしたいのなら 人々の問題を解決してもらいたい すべての人が幸せになる方法を探す それが 俺のモットーなんだ かっこよく言ってるけど 俺にはわかる お前 自分が人に王を売りたいだけだろ also was sollen wir tun あった なんだか君たちから 悪者でも見るような視線を感じるが まあ それは一旦置いておこう 状況を説明しよう さっきも言った通り 韓国商会の会員は かねてより 生き残りの厳しい状況に落ちている 最近はそれがますます加速しているんだ 君たちに何かできないか 様子を見てきてほしい 商会の会長は クリスという俺の友達だ 俺はここで君たちからの きっぽを待ってるよ え? これ 今だな 愛の自由 どちらを選ぶべきかしら あのうちわあにも Ja, schnell. Er ist es, dass es die Frage auf die Ausstellung zu machen. Was es? Es ist ein Problem, ich habe mich sehr gut, dass es sich schon zu verabschieden. Das ist ein Problem, dass die Ausstellung von den Menschen aus den USA zu kommen. Es ist ein Problem, dass die Ausstellung von den Ausstellung nicht zu verabschieden. Es ist ein Problem, dass die Ausstellung unterbrechen werden. Ich habe es schon sehr gut gemacht. Wir haben eigentlich die Ausgabe von den anderen Menschen in der Kahn-Joh-Büggen. Ich habe es schon gehört. Sie sind in der Kahn-Joh-Büggen, die Kahn-Joh-Büggen zu beurteilen. Das war's für heute. Das war ein ganzes Wettbewerb. Das war's für heute. Und nach dem letzten Mal, er hat sich nur einen Schoen gehalten, und er hat sich nicht verwendet. Das war's für heute. Oh... Das heißt, das ist ein Schoen, oder? Das ist ein Schoen. Das Schoen hat sich immer weitergebracht. Das Schoen hat sich immer weitergebracht. Wir haben auch immer einen Schoen zu kaufen. Wir haben auch immer einen Schoen, Das ist doch absurd. Ah, Fontaine. Ich bin sehr�usperig. Das ist so schade. Ich kann nicht mehr leben. Was ist das? Der Händler klingt echt ziemlich suspekt. Der Händler klingt. Das Kätzchen hat einen Namen. Kann ich mit ihm reden? Okay, Kaisa sagt nichts. Nicht mal Miau. Einfach mal Miau sagen. Miau? Immer noch nichts. Mensch, er folgt Kurisu überall hin. Nicht wahr? Miau Miau. Warum kann ich Kätzchen nicht streicheln? Hier kann ich noch was klauen. Ja. Rettig. Werner. Ah. Du kennst mich nicht, aber ich bin hier der Vermittler. Wie kriegst du deine Waren her? Kannst du deine Preise reduzieren? Ja. 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 Wird Zeit, dass sich der echte Vermittler um die Sache kümmert. Ja. 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 Ich bin von ihnen. Ah. Ja. Mann. Werner in gewinnen. Ich bin〜jie. Er, ich bin mit mir ein Problem. Kannst du ihn an ja... Ich bin bei mir se, um ihn zusammen. Du musst uns helfen. Dir zu helfen. Was? Okay. Was weißt du über Werner? Es ist eine Frage. Ich habe es nachdem, was ich in einem Schleif ein. Ich habe es nach dem einen Schleif. Ich habe schon mal einen Schleif. Ich habe es gemmissen. Ich habe einen Schleif. Ich habe das Ganze in der ganzen Kiere. Ich habe es da, als Sie eine neue Kiere zum Teil des Kieren. Woh? Ich habe auch immer noch einen Kier-Kiere aus dem Kier-Kiere. Dann habe ich auch hier einen Kier-Kieren? Für mich klang er wie ein Mondstädter. Ich habe auch keine Angst, aber ich habe auch keine Angst, dass ich ihn nicht verletzen habe. Das ist also nicht so, dass ich ihn nicht verletzen habe. Das ist zu viel. Ich glaube, dass ich nicht in diesem Weltraum keine Angst, sondern ich denke, dass ich das auch nicht in einem Spannende, sondern ich glaube, dass ich so. Ich rede noch einmal mit ihm und wieder zu ihm hinrennen, oder wie? Der Wind hat mich wieder zu dir zurückgeführt. Huh? Was? Mondo? Was hast du gesagt? Also habe ich alles gefragt. Ich bin einer gut bei mir so auswenden Anniascher, aber hier bin ich jetzt. Ich muss sagen, dass ich das Tenemos mit dem Geld gemacht habe. Ich kann mich nicht gern machen, dass ich das mögliche auswählen kann. Möge der Wind uns führen. Schließe Deine Augen. Hör genau hin. Klingt das vertraut? Möge sich das Feuer der Tugend ausbreiten und Nia löschen. Ich glaube mal, das sollte alles eins sein. Aber warum haben die das in zwei Dinge aufgeteilt? Der Satz hätte auch in ein so ein Ding reingepasst. Die haben das ja schon mal richtig klein geschrieben. Deshalb, weil da so viel reingequetscht wird in so ein Ding. Ich bin der Tatm ab. Es ist ein Gründer. Ich bin der Tatmik. Ich bin der Tatmik. Ich bin der Tatmik. Ich würde mich über eine gute Idee sagen. Ich habe nur noch zu überraschend. Ich bin der Tatmik. städt hier nicht irgendwo was von leeway viele leute haben dich in der vergangenheit unterstützt das ist Das war's für mich. Ich wollte mich überraschen. Wie ist das denn? Sie haben sich sehr gut für mich. Die Menschen, die sich nicht in Ordnung befinden, die sich in der Lage zu leben und leben und leben. Das ist nicht so, dass ich das nicht. Ich habe nur ein wenig Geld und ein Verhältnis, damit ich mich für die Leute auswählen bin. Ich habe mich in der Stadt, wer sind diese leute die internationale handelsvereinigung wird dich beschützen ich bin Wir brauchen Beweise. Wir brauchen Beweise. Und dann auf geht's. Aber sehr weit sind wir jetzt auch noch nicht hergekommen. Wir sind immer noch auf dieser kleinen Insel hier, wo wir angekommen sind. Ich bin schon gespannt auf die lastigen Inseln. Wir brauchen noch nicht mehr. Dreht er sich auch um oder so? Oder läuft er einfach nur gerade? Als ob der mich gesehen hat. Ich bin mir egal, was ich mich für heute nicht in Kranke. Ich würde ja nicht mehr sagen, ob ich die Kranke von Kranke habe. Also, das ist ja, wenn ich mich für die Kranke von Kranke habe. Also, wenn ich mich für die Kranke habe, schweig das Kranke habe. Ich bin der Kranke von Kranke, dass ich an den Kranke habe. Ich habe nicht mehr die Kranke ausgedrückt, aber es ist alles zu verstehen. Ich habe noch nicht die Kranke von Kranke ausgedrückt. Wo ist der denn? Wollen wir jetzt nicht sagen, dass er einfach so verschwunden ist. Wir waren doch gerade noch direkt hinter ihm. Legendärer Schatz. Gut, dass wir gerade jemanden vorbeirennen sehen. Tschüss. Vollidiot. Achso, ich muss da gar nicht hinterher. Was soll das? Ich wollte den jetzt suchen gehen. Hä? Nach ihm nach. Los. Ist er wieder da? Wie geht das? Komisch. Was soll das? Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Das ist ein Teil unserer Klingel. Ich bin ja. Das war's für heute. und ich muss wohl mehr dranbleiben jetzt ist er nicht einfach so verschwunden aber schon in der nirgendwo sie ja was könnte er wohl wollen graben Ah ja, der wahre Grund, warum Paimon uns begleitet. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht mehr so gut bin. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht mehr so gut bin. Ich werde das Gefühl, dass ich das gut zu dir. Ich werde das Gefühl, dass ich hier bin. Oh, ich werde das nicht mit dir gehen? Ich habe noch ein paar Zeit, aber ich habe noch ein paar Zeit. Ich bin nicht gut. Ich habe eine Art von Verlner geflogen. Ich muss es動ieren! Du bist derjenige, der die Regeln hier ins Lächerliche zieht, Keijiru. Wer ist denn? Du bist der Karten? Du hast den Karten schon gelegt. Und du hast die Schrauben gelegt. Du hast alles verletzt und verletzt, dass du alles auf dem Karten schraubst. Oh, was das so? Du hast du immer geblieben? Ah, ich bin der Karten. Ich bin der Karten. Was ist das? Ich denke, dass ich nicht so gut bin. Ich habe nur ein wenig Geld gemacht. Soll ich sagen, der Begegnet hat, dass die Begegnet und die Begegnet hat. Wenn man nicht von Begegnet hat, wenn man die Begegnet hat, dann... Hey, du hast mich gebetet, oder? Du hast mich gebetet? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es braucht nur die Situation. Das ist nur das, was ich? Die Leute sind mir, ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Das ist gut. Ich habe mich für deine Gesichter. 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 Ich bin schon seitdem ich die Behandlung von meinem Gehirn. Ich bin schon seitdem ich mit meinem Gehirn geholfen. Wie kann ich das Schuldigen? Harrison, das ist schon gut. Das ist schon gut. Du hast es schon getötet. Ich denke, dass es so einfach enden. Harrison! Wenn du hier so einen großen Gehirn呼st, wirst du auch nicht so gut aufzuhalten? Es ist ein, Herr Körle-Könleger. Oh, Sie schaffst du ihn? Das ist, Herr Körleger. Ich erzähle dir, Herr Körleger. Ich habe mich verletzt, Herr Schäu. Ich bin der Arbeit, Herr Körleger. Ich habe mich verletz, Herr Körleger. Ich habe mir was, Herr von Sinke, die ich somit. Oh, ich habe mich mit dem Fähigen. Sie ist mir direkt an der Körleger-Könleger. Was ist das? Dieser Titel hat für die Leute hier keinerlei Bedeutung. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Woanders hin? Drei Meter weiter. Nach hier. Okay. Ist jetzt auch ganz woanders. Was? Erzähl mir von der... Yashiro-Verwaltung. Ahaha. Ichiなりそのことか. Ja,改めて自己紹介しなきゃね. Ja, ich bin in Nalukami-Jima. Ich bin in Nalukami-Jima. Ich bin in Nalukami-Jima. Ich bin in Nalukami-Jima. Ich bin in Nalukami-Jima-Jima. Ich bin in Nalukami-Jima. Ich bin in Nalukami-Jima. Ich bin in Nalukami-Jima. Ich bin in Nalukami-Jima-Jima. Ich bin in Nalukami-Jima. Ich bin in Nalukami-Jima. Nalukami-Jima. Ich bin in Nalukami-Jima. Ähm... Ich habe niemanden Hilfe angeboten. Ich habe hier ein Ziel, Shogun Raiden zu treffen. Ich habe nicht zu Ende. Was? Toma hat mich mit den Gegenrutern gekregen? Okay. Wir haben nicht nur die Reise im Leben. Und dann gehen wir uns weiter mit dem Gelegen. Oh, das ist. Ich will auf dich. Wenn du nach Narkami-Zima gekommen bist, gehst du auf den Komo-Jaya gekommen. Dann aber ich will den Konto. Da gibt es ein Problem. Fremde können die Zoo nicht verlassen. Ich vermute mal nicht. Okay. Versuchen wir diese Insel zu verlassen. Mal gucken was passiert. Der lässt uns bestimmt nicht vorbei, oder? Einige Richtigung. Ich frage mich, ob die Kanjiro verwandelt. Ich frage mich, was man von uns gehört hat. Ich frage mich, was sie nicht mit einem großen Mann für den Kanschau-Bugy. Ich frage mich. Ich frage mich, was ich gerne mit einem Mann für den Kanschau-Bugy. Ich frage mich, dass ich mich auch nicht mit einer Kanschau-Bugy. Dann kann ich mir dieses Buch klauen und wenn ich jetzt hier an den Strand gehe, merkt er nicht. Achso, halt wer ist da? Ich kann mich nicht bewegen. Ohne Reisegenehmigung kannst du... Auf jeden Fall brauchen wir ein Papier, wo draufsteht was wir dürfen, also ganz wie in Deutschland. Hier brauchst du auch für jeden Scheiß ein Papier, wo draufsteht, dass du das darfst. Hier oben oder was? Ich hab den Kreis gerade total übersehen auf der Minimap. Ohnein. 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 Äh, Hallöchen. Äh, Hallöchen, 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 Hallöchen. Ja, Hallöchen, 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 Hallöchen. Wie macht das? Nein, nein. Sie sind nur Siemenschen. Ich bin sehr nett. Es ist wieder Zeit für ein paar Erledigungen? Haha, gut. Das ist ja... Ich glaube, ich glaube, es gibt ein paar Erledigungen. Wir haben das gemacht, ich weiß es. Willst du es nach Riyue gehen? Ja. 300? Spannende? Wie lange soll ich das sammeln? So oft gibt es sie doch gar nicht, oder? Die bleiben nicht frisch, nachdem man sie gepflückt hat. Tja, dann war was anderes, bitte. Ja, das stimmt. Dann können Sie die Schriftstelle machen Sie? Das wäre gut. Sie haben alle 790. Hey! Was ist das? Noch ein Wort. Aber es ist wirklich was wir, was wir tun müssen? Haha, das ist gut. Aber das ist sicher, dass wir nicht Menschen haben. dass wir nicht haben. Das ist eine die 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 Das war's für mich. Dann müssen wir die Antworten geben. Hahaha... Was ist wirklich so eine Analyse? Das ist sehr schwierig. Das ist genau wie ich erwartet habe. Leichtparfümierter Brief. Warum muss dieser Brief angezeigt werden, wenn sich die Leute hier noch unterhalten? Das stört so ein bisschen. Wir haben Blick ausgetauscht. Den Brief noch mal lesen. Die Stärker sind noch nicht so gut. Die Stärker sind nicht so gut. Die Stärker sind nicht so gut. Triff dich zu der vereinbarten Zeit, 18 bis 24 Uhr. Achso, okay, ja, Zeit. Zeit. 18 bis 24. Ich habe schon wieder Errungenschaften. Wofür habe ich jetzt welche bekommen? Erreicher Risiken für Fremde, okay. Story. Es freut mich sehr, euch wiederzusehen. Nein, nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich überrascht. Ich habe es geschafft, dass ich diese Möglichkeit habe. Oh? Ich habe mich irgendwie anders gemacht. Ich habe mich überrascht, wenn ich diese Möglichkeit habe, nicht zu sprechen. Was ich zu sprechen? Was? Nehme ich mal die drei Punkte Was? Sieht so aus, als hätten wir keine Ahnung. Sieht so aus, als Sie in Inazuma sind, Sie haben keine Ahnung von Ihnen auszulassen. Oh, Sie haben auch das Gefühl, dass Sie so auszulassen haben. Sie haben gesagt, dass Sie so auszulassen haben. Sie haben gesagt, dass Sie so auszulassen, wie Sie in Inazuma sind. Sie haben gesagt, dass Sie so auszulassen haben. Sie haben das Gefühl, dass Sie so auszulassen haben. Eine arrogant klingende Frau. Sie haben das Gefühl, dass Sie so auszulassen haben. Sie haben gerade eine Kugel auszulassen. Sie haben gerade eine Kugel auszulassen. Sie haben das Gefühl, dass Sie so auszulassen haben. Sie haben das Gefühl, dass Sie so auszulassen haben. Soll das Wachstum? Wie ist das hier? Das ist ein Wachstum, das ist ein Wachstum von der Wachstum. Das ist ein Wachstum von Wachstum. Wie ist das, Wachstum? Das ist nicht sicher. Das ist nicht sicher. Ich habe mich über das, und ich habe mich mit dem Hachstum zu verabschieden. Die Frau, die sich selbst verabschiedet? Nein, das muss ich mich über die Hand verabschiedet werden, und das ist auch das Hachstum. Wachstum meine Fähigkeiten an, zu zweifeln? Das ist nicht mehr Zeit. Wenn es sich um die Hachstum zu verabschieden, dann wird es von dem Hachstum zu verabschieden. ... ... Was ist das, was ich? ICH-Ai hatte die Kostasen nicht zu verabschieden. Das weiß ich. Was ist das, was ich? Satu, das ist super. Ich glaube, dass es sich verändert hat. Entstanden. Ich denke, dass ich mit meiner Frau und Frau so bin. Ich kann mich auch mit der Frau und Frau so sagen. Ich kann mich auch mit der Frau und der Frau so sagen. Was ist das? Ja, ich kann mich so sagen. aber das ist ja nicht so gut aber das ist nicht so gut das ist doch gut dann ist das schon gut wenn du dich in der Zeit steigst dann wird die Zeit Entstanden Entschuldigung Transportballon Da steht es mitfliegen Starten Jo, ich darf da nicht mitfliegen. Schade. Ich muss das Ding wahrscheinlich jetzt beschützen, oder? Weil das Ding hat schon einen Lebensbalken. Ah ja, natürlich. Endlich mal wieder ein bisschen Action. Ja, scheiße, ich hab das Ding hier selbst gestragen, hä? Was soll das denn? Nein, aber ich muss jetzt mal die Pocken aufbauen. Hey, herrlich! Nein, ich muss die Pocken aufbauen. Hier ist es, dass wir uns an uns verabschieden. Wir sind hier, dass wir uns an uns verabschieden. Was soll ich da oben? Ich würde das sehen. Ja, das ist doch egal. Ich glaube, dieser Ballon wird das nicht überleben. Untertitelung im Auftrag des ZDF Bis zum nächsten Mal. Was ist das? Sei bitte vorsichtig. Warum macht die so eine große Pause, wenn die noch weiter labert? Sei bitte vorsichtig. Die Frau hat gesagt, dass die Kama-ji... Ich habe ein Gehirn, als ich... Ich bin der Ange-Kirchen. Ein Gehirn der Ange-Kirchen. Herr Hör, nein! Du bist das St. Kau-ji-ji. Nein, nein, nein. Nur, ich habe nur gehört, dass ich mir das Gefühl habe. Ich habe mir so einen Schmack-Rufe gemacht, er... Ich habe das Gefühl, mir in der Lage. Das war's für heute. Ich bin sehr schön, aber ich kann nur die Körner nicht so schwer. Bitte nicht so sehr, dass ich mich nicht so interessiert habe. Ich denke, dass ich so ein bisschen was für das Kind hatte. Dann, bitte bitte auch mit zwei. Ich werde mal wiedersehen. Oh, ich werde wiedersehen, Zato! Ich werde jetzt schnell die Brüder mit dem Auto. Was hast du verletzt? Gunst der heiligen Sakuha. Was? Abenteuerstück 34. Drei Wünsche. Ich würde ja Windflucht gerne mal ausprobieren. Hier können wir uns einen neuen Auftrag holen. Wieso ist dieser Teleporter schon aktiviert? Lavendelmelonen wachsen hier auf Bäumen. Was? Sachen gibt's. Was? 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 How about her? ich glaube das andere zeug hatte ich bisher nur so ich habe irgendwie geklaut Elektrosiegel ok drei Wünsche ja das können wir auch später nochmal fortsetzen ich würde gerne Windflucht ist das so hier zum Spiel das ist ein Spiel mindestens Stufe 20 ok also doch hier das wollte ich jetzt unbedingt gerne mal ausprobieren oh 6000 Meter nur 6000 das ist eigentlich gar nicht so weit wie das ist das ist das ist das ist Wie auch immer man den aussprechen mag. Was ist Windflucht? Was ist Windflucht? Und wie soll ich jetzt die Zufrucht sein? Das ist ein Schwerpunkt, der sich in die Zufrucht zu befinden. Wenn ich die Zufrucht habe, das ist, dass ich die Zufrucht habe. Die Zufrucht habe ich nicht getötet. Was ist die Zufrucht? Das ist die Zufrucht-Zufrucht. Nur früher war das so? In Windflucht werden Spieler beider Seiten als Rebellen bzw. Jäger spielen. Die Rebellen müssen den Jäger ausweichen und bis zum Ende des vorgegebenen Zeitlimits durchhalten. Und die Jäger müssen alle Rebellen innerhalb des Zeitlimits fangen. Also ist das so eine Art Fangspiel hier? Der Jäger verfügt nicht nur eine schnellere Bewegungsgeschwindigkeit mit einem viel geringeren Ausdauerverbrauch, sondern kann auch mächtige Windflucht-Geheimtechniken einsetzen. Mit seinen Windflucht-Geheimtechniken kann er den Gegner aufspüren, Tarnungen aufdecken und vieles mehr. Die Rebellen können sich mit ihren Windflucht-Geheimtechniken als bestimmte Objekte auf der Karte tarnen, Köder auslegen oder vorübergehend in einen unsichtbaren Zustand gehen. Köder auslegen? Während des Spiels fällt eine Gunst zufällig auf das Feld. Wenn du die Gunst aufnimmst, kannst du die Geheimkunst der Gunst aufladen, die ausstattgebend für den Ausgang des Spiels sein kann. Durch die Teilnahme an Windflucht kannst du Windflucht-Taler verdienen. Wenn du eine bestimmte Anzahl von Flucht-Taler sammelst, kannst du verschiedene Belohnungen freischalten. Wenn du mit einer selbst erstellten Gruppe an dem Spiel teilnimmst oder das aktuelle Limit der Flucht-Taler erreicht hast, kannst du keine Flucht-Taler mehr erhalten. Äh, mit einer selbst erstellten Gruppe? Okay, dann lass uns mal spielen, oder? Windflucht spielen! Ist das ein Brettspiel? Hä? Spiele zusammenstellen? Annehmen? Annehmen? Durchsichtigkeit, Tarnung... Stern... was? Sternsauce? Ah, ich kann mal eine... ...Figuren nennen. Äh, ich bin bereit. Geheimtechnik ersetzt den Standardangriff. Geheimtechnik ersetzt die Elementar-Fähigkeit. Geheimtechnik ersetzt die Spezial-Fähigkeit. Okay. Ich werde mal schauen, wie das so funktioniert. Hä? Da ist gerade einer verschwunden. Oh, okay. Oh, okay. Ich mach's mal so. Also war das, äh... Ja, zwei hier... ...sich in irgendwas verwandeln. Auch nicht schlecht. Ich glaube, hier werde ich... ...ganz schnell gefunden, oder? Ich hab noch keine Ahnung, wie das Spiel so funktioniert. Ich meine, da muss man ja irgendwie erst mal sehen, oder? Da hinten hat gerade irgendwas geblitzt. Da hinten rannt jemand. Ja, also. Mmmmm. Where, where? Täts werden die ganze Zeit noch nicht zu machen. Ich habe eine gute Bildung. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn. Ich habe ihn, was ich mich selbst finden, Ich habe ihn vielleicht auch nicht gesehen. Ja... Hä? Wie wurde ich gefangen? Du wurdest gefangen genommen. Nachdem du dies bestätigt hast, wirst du in den Modus stiller Beobachter versetzt, in dem du dich als Beobachter frei bewegen kannst. Andere Spieler können dich jedoch nicht sehen und du kannst auch nicht in das Spielgeschehen eingreifen. Sagen die Rebellen gewinnen. Kannst du trotzdem? Kann ich trotzdem? Was kann ich trotzdem? Hallo? Also ich kann irgendwie gar nichts. Okay, ich kann jetzt also doch noch hier rumlaufen. Okay, klettern geht auch. Hat eine Gunst? Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, was die anderen so gemacht haben. Das war doof. Ich meine, der hat mich auch irgendwie nur gesehen, weil der irgendwas neben mir gemacht hat, was mich dann zurückverwandelt hat. Hätte der das nicht gemacht, hätte ich hier bis zum Ende bleiben können. Also der macht ständig dieses komische Ding um sich rum, was wohl andere Spiele aufdeckt. Hier gibt es einen Teleporter. Ich könnte den noch nicht mal aktivieren. Wir haben 329 von Fluchttaler bekommen. Okay. Ich muss dann mal auf YouTube gucken, was andere so gemacht haben. Wie das andere spielen. Ist mir neu. Oh, ich habe gleich hier mal 60 Urgestein mit abgeräumt. Sehr schön. Wenn ich wahrscheinlich noch mal eine Runde spiele, kriege ich noch mal 60. Wie es aussieht. Kriegt man nach jeder Runde 329. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, woran das liegt. Dass man so viel Fluchttaler bekommt. Ich bin ja schon bei dem Typen. Windflucht spielen. 1200 Fluchttaler kann man maximal gerade erspielen. Also spielen wir mal als Maximum, oder? 129. 129. 129. 129. 219. Ich bin schon wieder Rebell. Also braucht man hier keine Kampf-Skills, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich verstecken soll. Guck mal, wo sich andere verstecken, da oben. Vielleicht sollte ich auch mal auf Häuser. Ah. Okay, ein Fass hier oben. Ich glaube, ich habe da unten schon jemanden rumrennen sehen. Da ist noch ein Fass auf dem Dach. Also wenn da so viele Fässer auf den Dächern sind, dann fällt das doch auf. Was war das? Da unten stehen auch Fässer, aber ich wollte mich jetzt nicht irgendwo unten hinstellen. Weil wenn der jedes Mal seinen Skill macht und dann irgendwie zufällig an mir vorbei rennt, dann deckt er mich ja auch auf. Von mir aus kann der ruhig da die ganze Zeit unten rumrennen. Was war das? Oh, da ist so ein Ding wieder. Natürlich hat er sich gleich die Gunst geholt. Das ist gefährlich hier. Hä? Der weiß, wo ich bin oder was? Der rennt hier um mein Haus rum. Scheiße. Alter, warum war der auch bei mir? Was ist das hier? Ach Mist. Aber wie hat der mich schon wieder gefangen? Der ist einfach nur an mir vorbei gerannt irgendwie. Der Jäger hat gewonnen. Jägermeister. Nur 191 diese Runde. Wie lange muss ich da bis 1200 spielen? Keine weitere Belohnung. 520? Hm. Lass uns doch mal spielen. Das war aber eben echt gerade irgendwie stressig, wie der da um mein Gebäude da rumgerannt ist. Das war aber eben echt gerade irgendwie stressig, wie der da um mein Gebäude da rumgerannt ist. Was ist das hier? Was ist das hier? Weinfässer, Straßenlaternen und Stühle. Kann ich mir aussuchen, was ich mich verwandle? Ich habe es noch nicht ganz so raus, was eine gute Strategie ist, um nicht gefunden zu werden. Oh, ich bin Jäger sehe ich gerade. Das ist jetzt was anderes. Jetzt brauche ich eine Strategie, um alle Leute zu finden. Oh. Ich bin eingesperrt. Ich darf nicht sehen, wo die anderen rinnen. Auch nicht schlecht sowas hier. Komm ich da mit der Kamera durch? Nein. Okay. Kein Cheaten. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 2, 1, 0. Wow. Okay. Ah okay, mit R2. Da geht schon wieder gar nicht weiter. Alter. Warum hat das gar nicht so eine Riesencool da? Ja. Also wenn dann klettern die wahrscheinlich alle irgendwie. Steht hier auf dem Dach irgendwas? Ja. Also ich verstehe es nicht. Warum ich bis jetzt noch gerne gefunden habe. Da stehen auch einfach mal so Fässer. Mittendrin. Okay, hier geht es nicht runter. Das ist schon eine ganz schöne, äh, große Fläche. Eigentlich, sollte man denken. Hä? Warum habe ich noch keinen gewunden? Hä? Die rennen hier alle rum. Äh. Äh. Ich habe echt keine Ahnung, wie man das hier so am besten macht. Na gut, die Rebellen haben gewonnen. Hä? Ich verstehe es nicht. 250. Aber okay. Für 250. 50. 50. 50. Okay. noch 20. 20. 20. 20. 21. was ist das ich bin rebell gut alte holzkisten alte holzfässer mehr nicht ich bin bereit es ist aber auch irgendwie ein bisschen unfair wenn man die den ein skill da macht wo man alle sehen kann der ist einfach verschwunden und Scheiße. Ich werde bestimmt schnell entdeckt. Der ist doch gerade hier schon wieder rumgerannt, oder? Da hinten rennt er. Ich verstehe nicht, wie man sich hier richtig verstecken soll. Vielleicht gibt es da irgendwelche richtigen Strategien, ich weiß es nicht. Der ist gerade an dem da hinten vorbeigerannt. Oh. Hä? Wie hat der mich nicht entdecken können? Wurde der jetzt gefangen, oder was war da? Der hat ihn doch gerade aufgedeckt. Oh, hat schon wieder jemanden gefangen. Ich glaube, der, der, okay, ich sehe gerade, dass hier zwei mit Kreuz durch sind. Der wird gleich nochmal hier vorbeikommen. Und mich sehen. Und die Musik macht auch so ein klein bisschen Stress. Ja, warte bis zum Spielende noch. Über eine Minute. Ich glaube, der kommt gleich nochmal hier vorbei. Ich meine, der hat doch bestimmt gleich wieder alles durch. Hä? Was? Was war das jetzt gerade? Hä? Jäger hat gewonnen. Aber auch nur, weil er gecheatet hat. Gibt's doch nicht. Klar hat er die anderen zwei gefunden. Und dann mich natürlich aufgedeckt am Ende. Klar, dass der gewinnt. Geht ja nicht anders. Ohne den Cheat am Ende hätte der mich nie gefunden. Oh, ich habe gleich mal die nächsten Urgesteinchen. Was habe ich hier? Erlange während eines Spiels einmal Gunst. Okay. Gibt 30.000 Mauer. Fangen innerhalb von 10 Sekunden nach der Anwendung von mysteriöser Vorahnung einen Rebellen. Hä? Erlange während eines Spiels, ach so, was habe ich. Nutze Köder-Taktik, um die Sicht von insgesamt drei Jägern zu stören. Was habe ich denn jetzt hier noch? Äh, Röntgen-Nogen. Alter. Bede, die Geheimtechnik, die du verwenden musst. Wisteriöse Vorahnung. Er setzt den Standardangriff. Standardangriff? Markiert in kurzer Zeitspanne alle Richtungen, in die die Rebellen geflohen sind. Zielsuchende Aura. Das klingt irgendwie schon so, alles nach Cheaten. Äh. Köder-Taktik. Köder-Taktik. Wenn du dich gerade in den Tarnungszustand befindest, wird das Aussehen des Köders mit dem deiner Tarnung identisch sein. Also Standardangriff, ja. Merken wir uns. Alter. Hier kann ich nichts anderes. Hier kann ich nichts anderes. Was ist denn jetzt hier mehr? Was ist denn jetzt hier mehr? Was ist denn jetzt hier mehr? Lässt die Tarnung aller Rebellen auffliegen und markiert ihre Position kurzzeitig auf der Minikarte. Ja, das ist das, was ich da eben hatte, vorhin. Und das, womit mich der andere wahrscheinlich gerade aufgedeckt hat. Also wir merken uns mal, in der Mentalfähigkeit, welcher war das? Äh, die hier. Der Standardangriff. Ich könnte mir schon wieder 7 kaufen. 1229 habe ich gerade nicht gesammelt. Wow. Gut, wir versuchen es nochmal. Ein Spiel hat die Einladung abgelehnt. Schade. Also Standardangriff ist... Köder. Versuchen wir es. Ich brauche nicht immer so lang. Hä? Warum habe ich jetzt wieder einen anderen Charakter? Okay, ist aber ganz schön abgegrenzt hier. Das ist es. Äh... Ich brauche nicht. Ich weiß nicht, ob mir eine Leitanne hier oben auffüllt. Ich glaube schon, oder? Ich habe mich hier zerschrocken da unten. Was war das denn? Ihm hätte aber auch auffallen können, dass hier jetzt ein stilles Meer steht. Was quietscht denn hier so? Jetzt hat er sich gleich wieder einen Cheat geholt, oder? Was ist das? Kann ich mir das Ding holen? Nein! Nein! Scheiße! Och man! Ich habe nicht gewusst, dass die schon so nahe ist. Mist! Aber jetzt hat die keine Gunst. Mit einer Laterne hinterher. Oh, witzig! Renn! Oh, ich habe gerade gewonnen. Hä? Warum waren wir noch zu zweit? Warum ist da schon wieder einer raus? Das war nicht nett. So konnten wir ja gar nicht gewinnen. Also bei sowas muss es eine Bestrafung geben, wenn man einfach so das Spiel verlässt. 1.200 von 1.200 bin ich schon beim Maximum. Hä? Moment. Tatsächlich, die nächste Belohnung gibt es erst bei 1.500. Schade. Bei jedem Sieg 150. Hm. So richtig verstehe ich das jetzt auch nicht. Kann man sich irgendwie perfekt verstecken? Wo gestein 40? Ach so, das war jetzt noch die Belohnung. Ich bin Rebell. Man kann sich nicht direkt als Jäger bewerben, oder? Kiste. Tja. Be rehabilitieren. Oh stimmt. Es Advine ist. Da wurde 4,ppers war mich noch. Hichte, hinz provide. tapes. isches H puppy? Windflucht. Warte bis Spielende. Okay, ich bleibe jetzt auch bis Spielende hier stehen. Ich glaube, mein Controller sagt mir gerade, dass er wieder aufgeladen werden möchte. Scheiße, ich sehe nichts. Verschwindet mein alter Köder, wenn ich nochmal drücke. Ja, ich sehe nichts. Jäger hat eine Gunst erhalten, scheiße. Ja, toll. Jussi. Scheiße. Okay, doch nicht scheiße. Hm. Hä? Er hat mich schon wieder gefangen. Nee, das geht doch nicht. Tja, aber den letzten musst du suchen, ne? Was mache ich gerade? Warte. Ist der Chat jetzt schon lange? Okay, 383. Äh. Ja, Text eingeben. Wie heißt das Ding? Windflucht. 21.05 Uhr? Oh, das ist ganz lange. Ich kann ja auch nicht auf den Chat reagieren. 21.05 Uhr ist schon extrem lange her. 22.05 Uhr. Ich habe überhaupt nicht den Chat irgendwie gesehen, 21.05 Uhr. Wenn ich nicht weiß, dass ich auf den Chat achten soll, dann sehe ich den noch gar nicht. 21.05 Uhr ist schon über anderthalb Stunden rum. Okay, also wir haben erstmal die 1200 Dinger voll, was ich hier noch brauche. Oh, schon wieder nach halb elf. Sieht man, dass der online ist? Ist offline, okay. Also lohnt sich doch nicht, irgendwas in den Chat zu schreiben. Wo war das nochmal? Nein, das war das nicht. Nein, das war das nicht. Nein, das war das nicht. Ich habe die Musik viert. Ich habe das nicht. Schultern 3x9. Abzeichen für Rekruten. Ah, seltener Beutel. Plankler. Hä? Warum habe ich nur einen? Och, Mann. Muss ich wieder mehr Spiele beworben. Ich habe noch nicht mal irgendwie richtig mehr Spieler gemacht. Ich dachte, das wäre jetzt was eigenes gewesen. Ich habe noch nicht mehr Spiele beworben. Also, dann đi ich an. Du bist bereit. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Du bist bereit. Ich bin, ich bin. Amit ist. Abzeichnen wir neue Rekruten. Ich war aber schon ein Abzeichen für Unteroffiziere. Äh, das habe ich gesucht. Ach ne, die sind ja jetzt direkt auf der Karte. Oh, aber wieder so weit oben. Wie komme ich da hoch? Das ist doch bestimmt irgendwo oben. Ich will nicht schon wieder klettern. Ich klettere ständig. Okay, das sind auf jeden Fall drei. Der Fette muss zuerst weg, denke ich. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Ah, ja! Steh auf diese Fett-Brand. Das war's für heute. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, was ich eingesammelt habe. Mir fehlen immer noch drei. Tja. Hey, sind jetzt schon wieder keine mehr auf der Karte? Okay. Trotzdem gehe ich erst nur nach Mondstadt. Guck, ob ich die Dinger erst herstellen kann. Anscheinend nicht, sonst würden die mir hier angezeigt, oder? Abzeichen für Offiziere. Unteroffiziere. Ich muss nochmal gucken. Ich glaube, es war Unteroffizierung. Abzeichen für Unteroffizierung, genau. Nicht, dass ich das falsche herstelle. Ich brauche erstmal nur drei. Aber anscheinend kann ich dann noch welche herstellen. Äh, das war die Karte, ja. Das war jetzt wirklich falsch ausgewählt. Aufstieg. Go. Und Hochstufen. Wie viel werde ich wohl brauchen? Oh je. Oh je. Zu viele. 171 ist fast alles, was ich habe. Ha. Ähm. Ja. Wie viel brauche ich von denen hier? Nur 43. Dann würde ich mal sagen, ich mache hier 31 erstmal. Und den Rest der den blauen. 47. Klingt schon mal besser. So. Und das letzte Level mache ich dann hier mit voll. Und zum Aufstieg brauche ich jetzt acht. Scheiße. Geohyperstase ab Stufe 60. Regional Besonderheit aus Liyue. Brauche ich doch so viele. Glacilien. Richtig. Richtig. Während Stelle. flowers, Reunas. Mitcher Lucy. Mal Paper. Ich sollte vielleicht langsam mal Artefakte ausrüsten und Waffen, überhaupt erstmal eine Waffe, welche Waffe nehme ich eigentlich für sie? Zwillingsnifrit, erhört die Bewegungs-GSW und den Angriff beim Besiegen von Gegnern, 15 Sekunden lang, um 16% Bewegungsgeschwindigkeit und den Angriff, aber erst beim Besiegen. Ist das eine gute Waffe? Ich weiß es nicht. Zwillingsnifrit habe ich dreimal wie es aussieht. Einmal Verfeindungsgrad 3. Elementarkunde ist glaube ich nichts für mich. Warum habe ich die Ardokugel so viel? Habe ich auch nur durch die Gebete bekommen oder Geschichten einer anderen Welt? Stellt beim Erhalten von Elementarteilchen oder Elementarkristallen 1% LP wieder her, kommt ganz darauf an wie oft das passiert. Wenn das 100 mal in der Minute passiert, warum nicht, aber ich bezweifle das. Verfeindungsgrad 1. Erhört den ANG aktiv eingewechselter Figuren 10 Sekunden lang um 24% 20 Sekunden Abklingzeit. Wollt auf. Wollt auf. Wollt auf. Wollt auf. Eigentlich ja, oder? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie oft ich mit ihr Gegner besiegen werde. Abzeichen für neue Rekruten. Doch so viel. Und dann reicht es nur für einen neuen Level. Wie viel brauche ich bis 40? Nur 19. Und dann fehlen mir schon wieder die Kugeln zum nächsten Upgrade. Bis zum nächsten Mal. Das hier ist glaube ich besser. Elementarkunde ist aber... Brauche ich zwar nicht, aber... Kritische Treffer und Aufleiderate. Ich werde noch öfter neue Artefakte bekommen und die werden dann hoffentlich auch besser werden. Angriff und kritische Treffer. Angriff. Dann nehme ich das hier. Vielleicht kriege ich nochmal ein Gelehrter. Dann erhöht sich die Aufleiderate. Zuversicht des Gladiators. So. Lp. Kriege ich hier Angriff? Angriff haben wir hier. Das ist auch nur 3 Sterne. Aber hier haben wir kritische Treffer. Aber hier haben wir kritische Treffer. Ausbilder. Ich brauche keine Elementarkunde. Ich brauche keine Elementarkunde. Aber Geo-Schaden ist gar nicht so übel. Denke ich. Hm. Angriff. Ist aber auch nur 3 Sterne. Geo-Schaden muss ich erstmal ein bisschen erhöhen. Äh. Okay. Ich habe mich gerade gewundert warum es nicht erhöht wurde. Erfüllt wurde. Angriff. Irgendwie noch. 5,2 Prozent. Ich weiß nicht was besser. 42 oder 5,2 Prozent. 2 Prozent. Das ist wirklich echt nicht ein legges turnover. Sie hat mal gesagt Imposper manipulation. Jetzt merch das in decorating. Schade aus dass wir aus laborieren können. Tag, ich mache es nicht mehr ein legges FlashEisis. plug ab inaugurieren und vielleicht noch einen hierviecheng UCF. Ich kaufte dasть auch nicht. Wanderarzt ist aber auch so was, was man zufällig aktiviert. Auch Flöderate. Okay. 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 Welches Level hat eigentlich meine Gewe? So was, Tassel. 50. War doch ab 50, oder? Abenteuerstufe 35 benötigt. Ab Stufe 60, ach verdammt. Kann hergestellt werden. Okay, auch gut, wenn es hergestellt werden kann. Ah, das hier kriege ich ja noch von meinen Hypostasen. Es funktioniert nicht. Was für etwas, was wir hatten, NICHE, trai? Es war nicht zu Hause. Es ist wirklich zu Hause. Sie können ja fliehen, das ist nicht nett. Okay, hier sind doch bestimmt irgendwo kleine süße Mönsterchen, wo ich mal kurz ausprobieren kann. Genau, euch zum Beispiel hier. Also das läuft gut. Bei solchen kleinen Mönsterchen. Was ist das da auf der Karte? Kommt, den hätte ich doch gerade getroffen. Kann ich einfach so gegenschießen und die Dinger kann ich einsammeln. Ja? 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 Oh, das Ding hat aber nicht angesehen. dann kann ich nach unten schießen irgendwie also kann ich die vier hier oben treffen das zeigt mir tatsächlich hier das ganze eisen an auf der karte da ist noch viel mehr ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ich weiß noch nicht, ob das gut ist. Warum fliehen die Viecher bevor die getroffen werden? Unfair. So kriege ich keinen Geflügel. Aber mit ihr kann ich wenigstens jetzt auch ein bisschen Abstand halten. Von meinen Gegnern. Was? Nein, nicht runter. Ja. Jetzt ist schon wieder nach elf. Ich werde dann auch so langsam Feiern machen. Oh. Mal gucken, wie ich gegen so ein Vieh hier kämpfe kann. Was? Ja. 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 Was mache ich hier? Ich bin hier wegen dir. Goldfischkraut habe ich dabei. Kannst du gerne haben. Gar kein Problem. Ich bin doch fertig. Hallo. Ich bin da. Hier. Nimm. G2. G2 habe ich. Wo ist Nummer 3? G2. G2. G1. G2. G3. G3. G4. 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 G3. G4. Okay. Hier ist doch überhaupt nix Eisen oder so Ich war doch schon oben Hier unten vielleicht Da ist nämlich ne Truhe Die seh ich Aber Keine Ah, da ist das Eisen, ok Ganz versteckt in der Ecke Wie komm ich immer gegen die an? Wie kommen die hier durch? Hm, die nüchtern raus, oder? Hm, die nüchtern raus, oder? Das war mit Ihr Erz abbauen ist Ganz easy Wie? 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 Ich kann ja erst mal an dem Ding hier festen Das geht ja richtig gut. Das Ding ist ja richtig wehrlos. Haha. Komm ich auch gegen die Dinger an? Ah, schade. Huh. Was ist da passiert? Das Ding ist ja richtig wehrlos. Das hat nichts verloren. Na doch. Ne. Hä? Schlangeabsonderung. Hä? 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 state Darum mal... Er kann ja nicht wirklich viel machen. Sie vielleicht schon. Das war's für heute. Okay, gegen die Laser komm ich nicht an. Aber den Zeug hier muss ich schon ausweichen. Scheiße. Das war's für heute. 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 Ja, bring mich gleich wieder um. Ich bin noch in der Heilung. Nein. Naaan. Das ist einfach unfair. Ich kann gar nichts machen. Und alle tot. Oh nein. Ja, ich habe niemanden mehr, mit dem ich richtig angreifen kann. Wie soll man dem ausweichen? Jo, nass. Toll. Was macht denn Fiona? Überhaupt nichts. Ich bin erinnert. Können Sie sich nicht versuchen, um den Weg zu kommen. Ich verstehe. Ich werde niemals einen Flugzeugsbaum besiegen. Ich kann nicht so schnell rennen. Die Ausdauer reicht dafür nicht. Ich kann nicht so schnell rennen. 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 Oh, was? Alter, immer dieses Scheiß einfrieren. Ich muss auch mal zu meinem Griff kommen, ja. Ich kann nicht so schnell rennen. Ich kann nicht so schnell rennen. Wie soll ich dem entkommen? Es geht nicht. Warum sollte ich die Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Man kann dem auch nicht wirklich entkommen, wenn das Ding das dreimal machen darf. Man, wie soll ich da angreifen? Hallo? Boah, noch über 50 Sekunden. Boah! Barbara, gehen wir! Warum bin ich schon gefroren? Einfach so! Ich muss doch erst mal irgendwas gefriert kommen, oder was? Ich kann nicht einfach so einfrieren! Oh, Alter! Reicht langsam! Ja! 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 Wow, ich habe ganz alleine einen Flux-Eisbomb besiegt nach 1000 Wiederbelebungen. Und ich kriege wenigstens zwei Flux-Eiskerne. Wenigstens hat das geklappt. Wenigstens hat das? Wenigstens hat das? Lass drei beliebige Figuren aufstiegsstufe 2 reifen. Okay. Bestehe drei beliebige Sphären des Segens Artefakte. Sphären des Segens. Oh, Schmied hat zwölf. Okay, was sind Sphären des Segens? Ich wollte nicht zweimal drücken. Das ist aus Versehen passiert. Sphäre des Verständnisses. Okay, dann bin ich hier falsch. Sphäre des Segens. Nehme die. Ich glaube ich stufe 59. Ich habe keine Ahnung. Wo ich jetzt hier reingehe. Ich glaube die Stufe ist auch viel zu hoch. Ah ja, mein Hauptcharakter ist gerade immer noch K.O., sehe ich gerade. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht ob ich das alleine nur mit dir schaffe. Ich glaube nicht. Da wird ja die Zeit ausgehen. Ich habe keine Ahnung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, mir geht das halt auch. Ja, mir geht das auch. Das war's für heute. Warum kann die Charaktere auch nicht mal eben gleich geheilt sein? Wenn du die Müllwurzungsdruck nicht verletzt hast... Ja! 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 Herausforderung geschattert! Ja! Bitte raus! Alter! Was? Wie oft soll ich denn noch A drücken? A ist doch hier... X! Na? War doch richtig! Ja! 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 Ok, jetzt können wir es vielleicht nochmal versuchen. Ich hoffe, das war das Richtige. Ich habe wieder einmal zu viel gedrückt. Sphäre des Segens. Ich habe noch nicht aufgelenkt. Ich bin noch nicht aufgelenkt. Ich würde es überraschen. Ich habe noch nicht aufgelenkt. Ich bin noch nicht aufgelenkt. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für mich. Die Zeit wird irgendwie da ablaufen. Die Zeit wird nicht so gut. Die Zeit wird nicht so gut. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Ich kann zwar gut mit ihr kämpfen, aber eben auf Zeit ist schlecht. Okay, also wenn es nicht auf Zeit gehen würde, 100% Ich meine, mit dir kann ich schön einen Fernkampf machen, aber tja. Ja gut, ich muss jetzt auch mal wieder feiern. Schauen wir, was ich für den nächsten Aufstieg brauche. 18 von diesen Dingern. Glaslilie. Stallenturm, was wir von der Geohyperstase kriegen und das was wir herstellen können oder von der Geohyperstase bekommen. Dann ab Stufe 60, was ich jetzt aber noch nicht machen werde. Also jedenfalls Stufe 60. Ich bin froh, wenn ich Stufe 50 besiegen kann. Ich muss hier noch irgendeine hochstufen. Hochstufen. Entweder sie oder sie. Ich bin mir echt nicht sicher. Werde ich mir mal anschauen, wie ich es mache. Na gut, ich muss jetzt schon wieder Travel 12. Aber morgen werde ich dann wieder gegen Abend weiter machen. Dann schauen wir mal, wie es läuft. Und dann. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020